Hey, ich bin der Markus und heute stelle ich euch das Kava Strict E300 vor. Kava ist unsere kleine hauseigene Bikeschmiede und die haben dieses wunderschöne Fahrrad auf den Markt gebracht. In vier verschiedenen Variationen und zwar haben wir es da als 27.5er, entweder mit der 400er Akku Variante oder mit der 500er Akku Variante. Wir haben es aber auch da als 29er, entweder mit der 400er oder mit der 500er Akku Variante. Also vier verschiedene Modelle haben wir davon zur Verfügung. Sucht euch hierbei das aus, was euch am besten gefällt. Der Rahmen selbst wurde gefertigt aus Aluminium, ist super gut verarbeitet. Wir haben hier die innen verlegte Zugführung, die zum Beispiel für eine aufgeräumte Optik sorgt. Ja, die Rahmenkonstruktion ist relativ klassisch gehalten, so wie man es von einem Hardtail gewohnt ist. Das Oberrohr, das fällt leicht ab. Ihr sitzt aber eher gestreckt auf dem Fahrrad und seid somit super schnell von A nach B unterwegs. Der Laufradsatz in dem Fall ist ein 27.5 Zoll Laufradsatz, ist dementsprechend agil und wendig. Wir haben es aber auch als 29er da. Die 29 Zoll Variante ist einfach ein bisschen laufruhiger und auch teilweise in ruppigen Abschnitten etwas sicherer zu fahren. Hinten haben wir den Schwalbe Rapid Drop Reifen, vorne den Tough Tom, bedeutet geringer Rollwiderstand mit einer guten Portion. Grip am Vorderreifen kombiniert. Wir haben hier einen relativ breiten Lenker aus dem Hause Carver selbst, sowie den dazu passenden Vorbau, außerdem die passende Sattelstütze und ein Selle Italia Sattel. Diese Komponenten liefern euch auf jeden Fall genügend Kontrolle, zum Beispiel im Gelände. Von der Farbgebung her haben wir einen sehr edlen, matten Schwarzton gepaart mit weißem und grünem Dekor, was meiner Meinung nach einiges hermacht. Jetzt komme ich zum Herzstück des E-Bikes, das ist selbstverständlich der Motor. Hier wurde nicht gespart, hier wurde der Bosch Performance Line CX Motor verbaut. Das ist der beste Motor von Bosch, speziell für die Mountainbike Welt hergestellt. Sein maximales Drehmoment liegt bei ganzen 75 Newtonmetern und somit solltet ihr problemlos jeden Gipfel hochkommen. In der Variante haben wir jetzt das 400er Powerpack verbaut, das heißt 400 Wattstunden Kapazität. Ihr könnt aber auch dieses Modell mit der 500er Akkukapazität kaufen, also mit 500 Wattstunden Akkukapazität. An der linken Lenkerhälfte befindet sich das Bosch Purion System. Das ist der Purist unter dem Bosch System mit nur einem kleinen Display und den Bedientasten, womit ihr zum Beispiel die verschiedenen Unterstützungsstufen einstellen könnt. Die Santo Federgabel liefert euch 100 Millimeter Federweg und gerade im Gelände kommt euch das selbstverständlich entgegen. Ihr könnt sie außerdem locken, so taucht sie nicht mehr ein und ihr habt einen geringeren Kraftverlust. Das Shimano Altus Schaltwerk ist ein 9-fach Schaltwerk, dazu die passende Kassette und Kette sowie natürlich den 9-fach Schalthebel. Somit habt ihr insgesamt 9 Gänge zur Verfügung und solltet damit hoffentlich jeden Gipfel hochfahren können und mit Vollkaracho wieder runter. Gebremst wird mit hydraulischen Scheibenbremsen aus dem Hause Shimano, die euch jederzeit sicher zum Stehen bringen. Das Carver Strict E300 in der 400er Variante, also mit der Akkukapazität von 400 Wh, kostet bei uns 1799 Euro, egal ob 27,5 Zoll oder 29 Zoll. Wenn ihr es in der Variante kaufen wollt mit 500 Wh Akkukapazität, liegt der Preis bei 1999 Euro. Der Rahmen ist relativ variabel, ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit hier auch Schutzbleche anzubringen oder auch einen Gepäckträger. So lässt sich das Fahrrad vor allen Dingen im Alltag super gut benutzen. Wenn ihr das Carver einmal ausprobieren wollt, dann macht den Verfügbarkeitscheck und kommt in einer unserer Fialen oder bestellt es doch einfach unter fahrrad-xxa.de und dann macht den Verfügbarkeitscheck.